Noch wisst ihr gar nicht, wie die Hitlerjugend aufgebaut wäre, welche allgemeinen Prinzipien da gültig waren, wie das Ganze historisch überhaupt entstanden ist, das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und bevor wir mit diesem Video starten, seht ihr hier eine Übersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute erklären werden. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Hinweis von uns, denn wir haben auch einen Kurs zu diesem Thema erstellt, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus mit Zusammenfassungen für das schnelle Lernen sowie Videos zum Wiederholen, findet ihr jetzt in der Videobeschreibung verlinkt, 20% bekommt ihr dort mit dem Code WELCOME und außerdem haben wir jetzt auch unser Selbstorientiert-Plus-Abo, wo ihr all das dauerhaft zum Zugreifen habt. Also checkt es gerne aus, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr vorbeischaut und dann sehen wir uns ganz bald auf der Webseite wieder. Gucken wir uns nun die Hitlerjugend an, gucken wir dabei insbesondere auf den Aufbau der Jugendorganisation, starten wir mit dem Allgemeinen und dann gehen wir über zur Struktur-Hierarchie-Form sowie den Maßnahmen und Aufgaben, die innerhalb der Hitlerjugend entsprechend eine Relevanz hatten. Dabei ist es so, dass das Allgemeine, natürlich klar ist, die Hitlerjugend war eine Jugendorganisation der NSDAP und damit, ganz wie der Name es schon vermuten lässt, ist der Zutritt nur für Jungen möglich. Die Gründung hat dabei am 7. Juli 1926 stattgefunden. Wir sehen also hier, dass Hitler bereits sehr früh erkannt hat, dass es auch Jugendorganisationen geben muss, dass die Erziehung im Nationalsozialismus nur so funktionieren kann, Propaganda nur so funktionieren kann, wenn er ein allumfassendes Konstrukt schafft. Dieses allumfassende Konstrukt sollte bereits sehr früh anfangen, damit diese Indoktrination der Propaganda hier entsprechend schon ansetzen konnte. Und ab 1933 wurde diese Mitgliedschaft dann auch verpflichtend, weil man immer mehr anerkannte, dass es eben eine enorme Auswirkung auf die verschiedenen Jugendlichen hat. Und dementsprechend von 10 bis 18 Jahren musste man eben Teil der Hitlerjugend sein, wenn man entsprechend ein Junge war. Und das war insbesondere darin begründet, dass diese Jugendorganisationen entsprechend die Propaganda vertraten, die Ideologien und Pläne Hitlers vertraten, damit diese auch umgesetzt werden konnten. Und geschichtlich sehen wir dann ja auch, dass diese sozusagen dann auch als letzte Welle entsprechend benutzt wurden, um dann hier sogar noch einen militärischen Aspekt der Hitlerjugend aufzuzeigen. Dementsprechend natürlich moralisch sehr verwerflich. Daneben ist natürlich auch die Struktur und Hierarchie innerhalb dieser Jugendorganisation wichtig, denn da gibt es eine Besonderheit. Denn hier gab es auch, wie im Rest Deutschlands, zu dieser Zeit das Führer- und Gefolgschaftsprinzip. Das heißt, es gab einen Führer, der entsprechend bestimmte Gruppen angeführt hat und die anderen sollten sich dem Ganzen dann unterordnen. Also ein sehr hierarchisches Prinzip. Wichtig ist hier allerdings, dass man insbesondere auf das Motto vertraute, Jugend soll Jugend führen. Das heißt, andere Jugendliche übernahmen die Aufgaben, die sonst eigentlich Erwachsene übernommen haben. Man gab also Jugendlichen mehr Aufgaben. Man gab diesen die Möglichkeit, sich als Führer innerhalb einer bestimmten Gruppe zu präsentieren und so dann auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Das war letztendlich auch eine Möglichkeit, ein bisschen Respekt innerhalb dieser Gesellschaft zu erlangen. Und dementsprechend diente diese Hitlerjugend auch als Möglichkeit, bereits früh schon das Prinzip der späteren Armee dann entsprechend heranzuziehen. Dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass es bereits ab zehn Jahren gilt. Denn hier gab es schon das deutsche Jungvolk, die DJ, die entsprechend nochmal der Hitlerjugend unterstellt ist. Und dort waren dann entsprechend zehn- bis 14-jährige Jungen tätig, die sich dann dort einbringen sollten. Und so bereits früh diese Indoktrination bekamen und schon früh die Propaganda ansetzen konnte. Eben schon früh das Ganze losgelöst vom Elternhaus stattfinden sollte, damit möglichst wenig Kritik an diesem ganzen System aufgebaut werden konnte. Danach kam dann entsprechend die Hitlerjugend, die von 14- bis 18-Jährige interessant ist und relevant ist. Und so sollte dann eben ein allumfassendes Erziehungskonzept mit dieser Hitlerjugend ermöglicht werden. Darüber hinaus gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen und Aufgaben, die in dieser Hitlerjugend durchaus relevant waren. Dazu gehört insbesondere die sportliche Ertüchtigung sowie die Gesundheit, die an erster Stelle stehen sollte. Das heißt, hier wurde natürlich auch wie sonst in der Schule im Nationalsozialismus ganz klar die Bildung vernachlässigt, um eine Sportlichkeit herbeizuführen, weil diese Menschen dann natürlich besser im Krieg eingesetzt werden konnten. Und das war ein ganz klares Ziel, was Hitler hier verfolgte. Abseits davon gab es auch Heimabende und Ferienlager, um ein Gefühl der Gemeinschaft zu schaffen und die Kinder immer mehr aneinander zu binden, die Jugendlichen immer mehr aneinander zu binden. Und damit ist schon ersichtlich, wie pervers dieses System tatsächlich auch in die tiefste Psyche der Kinder eingriff. Und abseits davon gab es natürlich auch eine ideologische Schulung. Wir hatten es gerade schon angesprochen, Indoktrination war ganz wichtig. Das heißt, dass die Ideologien immer wieder vorgehalten wurden, die Propaganda praktisch in das Gehirn verpflanzt wurde, wenn man das in Anführungsstrichen so sagen möchte. Und abseits davon natürlich die Pläne Hitlers dann entsprechend durch verschiedene Lieder immer wieder bestärkt wurden und ganz klar als positiv getarnt wurden, obwohl sie es eindeutig nicht waren. Es sollte also insbesondere hier die Kritikfähigkeit der Jugendlichen bis auf null reduziert werden. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken wir uns dann die pädagogischen Aspekte der Hitlerjugend an. Wir sehen dabei jetzt ganz verschiedene Aspekte, die sich entsprechend hier auf die Hitlerjugend beziehen. Ganz viele pädagogische Aspekte, die eine große Relevanz haben, um das später dann eben auch besser zu machen. Die auch dazu geführt haben, dass ganz viele Wissenschaftler und Psychologen sowie Pädagogen im Nachhinein das Ganze dann erfolgreicher gestalten konnten. Insbesondere hat es eben verschiedene Auswirkungen auf die Jugendlichen natürlich gehabt. Das heißt, eine pädagogische Maßnahme, die mit dieser Hitlerjugend bestand, führte natürlich dazu, dass die Hitlerjugend ganz verschieden beeinflusst wurde. Unter anderem, und das haben sie als positives Mittel genutzt, war die Hitlerjugend sehr durch Stolz und Begeisterung geprägt. Das heißt, beispielsweise gab es sehr viel Ansehen von Erwachsenen, weil man sich in einer Jugend einbringen konnte, weil man dort entsprechend auch Führungsaufgaben übernehmen konnte und dementsprechend gesellschaftlich bei vielen Menschen anerkannt wurde. Das ist natürlich etwas, was für Jugendliche immer ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ein ganz wichtiger Aspekt in diesen frühen Phasen der Entwicklung, der kognitiven Entwicklung auch und dementsprechend das auch direkt verbunden ist mit dem Gemeinschaftsgefühl, was auch eine der wichtigsten Auswirkungen auf die Jugendlichen in diesem Rahmen ist. Das heißt, hier wollte man insbesondere eine Pädagogik prägen, die durch sehr viel Positives hier die Ideologien mehr verinnerlicht hat. Und damit wurde natürlich ganz klar gemacht, dass auch die Ideologien Hitlers etwas sehr Positives sind. Damit ist aber auch klar, dass es ganz viele Kritikpunkte an diesem System natürlich heutzutage gibt. Insbesondere, und das ist sehr negativ hervorzuheben, dass hier eine Individualität unterdrückt wird. Es war explizit nicht gewünscht, dass die einzelnen Jugendlichen eine individuelle Entwicklung erleben, sondern dass sie ganz klar sich der Gemeinschaft unterordnen und die Jugendlichen dann das natürlich gar nicht wahrnehmen konnten, weil sie da einfach von vornherein dran gewohnt wurden. Wir hatten gerade erklärt, dass im deutschen Jungvolk 10- bis 14-Jährige bereits dem Führer- und Gefolgschaftsprinzip angehängt wurden, dass es bereits frühzeitig ideologische Schulungen gab. Das heißt, hier wurden sich verschiedene Jugendlichen so erzogen, dass eine minimale Kritikfähigkeit gegenüber diesem System dann noch bestand. Es gab also verschiedene Ziele, die bei diesen pädagogischen Handlungen in der Hitlerjugend verfolgt wurden. Insbesondere gehört da natürlich auch das Aneignen des Führers- und Gefolgschaftsprinzip dazu. Aber, und das ist noch viel wichtiger, insbesondere vor dem Hintergrund von Hitlers Plänen, gehört natürlich hier auch die Vorbereitung auf den Krieg dazu. Das heißt, jugendliche Jungen wurden auf Aufgaben der Wehrmacht vorbereitet. Man sollte sie bereits schon früh zu Soldaten erziehen, damit sie möglichst schnell, nachdem sie aus der Hitlerjugend entsprechend austreten, schon praktisch an der Front eingesetzt werden konnten. Das heißt, hier haben wir eine ganz klare Vorbereitung auf den Krieg, schon bei Kindern und Jugendlichen, die sich noch in ihrer Entwicklung befinden. Und damit natürlich eine enorme Prägung, die hier stattfindet, erneut, dass eine absolute Unterdrückung der Individualität stattfindet. Und da gehört natürlich auch dazu, dass eine Verinnerlichung der Ideologie stattfindet. Insbesondere natürlich auch eine ideologische Übernahme der Pläne Hitlers, die dann entsprechend mit dieser Hitlerjugend nochmal verstärkt wurden. Und praktisch hier Hitler sich absichern wollte, dass das auch ein langfristiges Projekt von ihm ermöglicht. Und darüber hinaus ist es so, dass die Jugend von der Jugend geführt werden sollte. Das heißt, pädagogisch setzt man auf ein Prinzip der Hierarchie, aber dennoch sollten die Jugendlichen untereinander sich hierarchisch entsprechend einfügen. Das heißt, hier ist das Prinzip der Selbstführung entsprechend relevant. Das war allerdings nur eine Illusion. Es gab dennoch eine hierarchische Diktatur, in der man dann dem Befehlstum des Führers untergeordnet wurde. Also hier sollte man praktisch einfach der Illusion erlegen, dass man selbst eigenständige Aufgaben hat, eigenständig Ansehen erreicht, eigenständig Stolz und Begeisterung der Eltern erreicht, ohne dass man tatsächlich diese Macht auch hatte. Das ist ein ganz wichtiges pädagogisches Konzept, was durch diese Hitlerjugend verkörpert wurde. Und neben der Hitlerjugend gab es auch noch den Bund Deutscher Mädel. Das heißt, dieser ist entsprechend der Name des Namens natürlich insbesondere für Mädchen im frühen Alter dann entsprechend relevant geworden. Er wurde bereits 1930 gegründet, das heißt vier Jahre nach der Gründung der Hitlerjugend. Man verstand erst später, dass auch die Erziehung der Mädchen eine relevante Rolle spielen würde, um entsprechend die Ideologien Hitlers durchsetzen zu können. Erst im Gegensatz zu der Hitlerjugend ist es so, dass bereits 1936 hier eine Teilnahme verpflichtend wurde. Das heißt, bei der Hitlerjugend ist es ja tatsächlich erst drei Jahre später der Fall geworden. Ab 1939 wurde hier die Mitgliedschaft erst verpflichtend. Bei den Bund Deutscher Mädel war das tatsächlich 1936 schon der Fall. Das heißt, hier konnten dann entsprechend die verschiedenen Angebote, mussten diese genutzt werden, um eine optimale ideologische Beeinflussung hier tatsächlich auch zu gewährleisten. Dabei unterteilt man den Bund Deutscher Mädel auch tatsächlich in zwei unterschiedliche Facetten. Nämlich einmal den Jungen-Mädel-Bund, der von 10 bis 13 Jahren stattgefunden hat. Und hier auch den Bund Deutscher Mädel, der dann entsprechend die erwachsenere, die jugendliche Organisation der Hitlerjugend als Pendant entsprechend ersetzt. Mit 14 bis 17 Jahren konnte man da denn entsprechend beitreten, beziehungsweise ab 1936 musste man dort dann auch beitreten. Wichtig ist hier, dass es ganz ähnliche ideologische Ansätze gab. Also auch hier war es insbesondere ein Ziel, bereits sehr früh die verschiedenen Mädchen zu beeinflussen und ideologisch entsprechend langfristig zu prägen. Das sieht man ja bereits an diesem Ersteintrittsalter von 10 Jahren. Was dann ja schon eine sehr frühe Beeinflussung der Individualität bedeutet. Dabei ist der Fokus hier zwar ein anderer, dass ja hier um die Erziehung der Mädchen geht. Allerdings ist es so, dass auch hier ein sehr großes Sportangebot ermöglicht wurde. Das heißt, hier wurden dann andere Aufgaben ermöglicht. Man sollte sich nämlich durch Anmut und entsprechend verschiedene Tätigkeiten auf die zukünftige Mutterrolle vorbereiten. Insbesondere war da entsprechend die rhythmische Sportgymnastik ein Mittel der Wahl, um beispielsweise die Mädchen zu erziehen. Also hier eine ganz klare ideologische Denkweise, die natürlich auch mit der Zeit zu tun hat, in der das Ganze stattgefunden hat. Aber auch hier sollte dann entsprechend eine Vorbereitung auf die zukünftige Mutterrolle stattfinden. Ebenso, und das ist ganz ähnlich wie bei der Hitlerjugend, gab es Heimabende, Ferienlager, die dann das Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkten und gleichzeitig wieder ideologische Grundgedanken vermittelt haben. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass man versuchte, das Ganze zusammenzufügen, damit hier entsprechend auch ein Druck untereinander aufgebaut werden konnte, dass die einzelnen Mädchen und dann entsprechend im Vergleich dazu in der Hitlerjugend die Jungen auch miteinander sozusagen leben. und dadurch eine Gemeinschaft erzeugen, die dann einander zwingt, dass man immer wieder dorthin kommt, dass man sogar gerne dorthin kommt, weil eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch in schwierigen Zeiten dort dann erzeugt werden sollte. Und das natürlich immer vor dem Hintergrund, dass die Propaganda weiter durchgesetzt werden konnte und entsprechend schon früh die Jugendlichen hier beeinflusst werden konnten. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein mit unserem Video. Wir hoffen, das hat euch gefallen und ihr konntet einiges lernen. Falls dem so ist, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kurs auscheckt, denn gerade wenn ihr euch jetzt gerade auf euer Abitur oder auf die nächste Prüfung vorbereitet, dann ist es super, wenn ihr unseren Kurs einfach auscheckt. Alle Zusammenfassungen ganz, ganz schnell für euch zum Lernen. Also damit schafft ihr es auf jeden Fall. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg damit. 20% mit dem Code Welcome und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao. Vielen Dank.